Hallo, ich bin der Nick und ich bin der Moritz. Heute zeigen wir euch unseren Lieblingsort an der Schule, und zwar die Bibliothek. Komm, wir schauen mal rein. Hier ist die Rezeption, dort können wir uns Bücher ausleihen oder sie auch zurückgeben. Dort haben wir schon ganz viele Bücherregale, zum Beispiel hier für Allgemein oder Religion, dann in dem Abteil. Und es gibt auch Schulbücher, wie zum Beispiel Kulischbuch oder Mathe und noch viele mehr Bücher. Jetzt zeigen wir euch noch die schönste Stelle in der Bibliothek, wo man gut lernen kann. Hier ist immer sehr ruhig und deswegen kann man hier ungestört lernen, zum Beispiel für eine Schulaufgabe, oder man kann in interessanten und tollen Büchern stöbern. Hier hinten sind Sofas, dort kann man sich das gemütlich machen, oder man setzt sich dorthin und lernt und isst oder so. Das kann man entscheiden.